Shen Khan wurde gesagt, dass sie mit Zwillingen schwanger sei. Bei der Geburt bekam sie jedoch nur ein Baby, dafür mit zwei Köpfen, drei Händen und zwei Herzen. Solche Säuglinge gibt es nur extrem selten. Und noch seltener sind sie überlebensfähig. Die Ärzte im indischen Bezirkskranken Hesratlam waren sprachlos, als Shen Khan ihr Kind gebar. Eigentlich hatten sie Zwillinge erwartet, tatsächlich kam aber ein Säugling mit zwei Köpfen, zwei Herzen und drei Händen auf die Welt. Diese Art der Geburt ist als Dizephalie, auf Deutsch Zweiköpfigkeit, bekannt, wie der Mirror, schreibt. Normalerweise haben die siamesischen Zwillinge, wie sie oft auch genannt werden, zwar zwei Köpfe, dafür aber vier Hände und nur ein Herz. Khans Baby, welches übrigens ein Junge ist, gilt somit als ein noch seltenerer Fall von siamesischen Zwillingen. Und umso seltener ist es, dass so ein Säugling überhaupt lebensfähig ist wie in diesem Fall. Die Ärzte berichteten am Dienstag, dass keine Operation am Baby geplant sei. Das Wunderbaby wird derzeit in einem Krankenhaus in der Nähe der indischen Stadt Indore von Medizinern überwacht. Die Mutter befindet sich immer noch im Bezirkskranken Hesratlam. Zustand des Babys bleibt in ersten Tagen ungewiss. Ob die Geburt als siamesische Zwillinge oder als ein Kind behandelt wird, ist noch nicht klar. Lokalen Berichten zufolge handelt es sich zwar um ein Baby, aber der Zustand ist eine seltene Form der teilweisen Zwillingsbildung. Dr. Lahoti, einer der zuständigen Ärzte, erklärte, diese Art von Fällen ist selten und der Zustand der Babys bleibt vor allem in den ersten Tagen ungewiss. Die Ärzte hatten den Eltern nach einer Ultraschalluntersuchung gesagt, dass Shane Zwillinge erwarten würde. Über den außergewöhnlichen Zustand der Babys waren sich aber auch die Mediziner nicht bewusst. Der Säugling hat noch keinen Namen. Werbung